Frag mich einfach, ja. Was soll ich dich denn fragen? Irgendwas, frag mich, ich erzähl dir. Hallo Nils, fünf Fakten über dich. Promoviert im Bereich VC, Beratungshintergrund, mal irgendwann bei einem Startup gearbeitet, jetzt mittlerweile im Investment-Team des Hightech-Gründerfonds und leidenschaftlicher Techniker. Warum Venture Capital? Venture Capital bietet die Möglichkeit mit motivierten Leuten zusammenzuarbeiten an Projekten, die in irgendeiner Form einen innovativen oder auch einen zukunftsverändernden Charakter haben und Teams dabei zu begleiten. Wissenschaft oder Wirtschaft, wofür schlägt dein Herz? Da bin ich sehr geteilt. Ich habe einen Hintergrund in der Wissenschaft und ich glaube auch, dass sie einen wichtigen Beitrag hält, aber ohne die Wirtschaft fehlt auch die Implikation in der Realität. Geld oder Impact? Warum machst du den Job als Investmentmanager? Impact, mit Startups zusammenzuarbeiten, erlaubt langfristig auch die entsprechenden Innovationen zu unterstützen und voranzutreiben. 9 to 5 oder 24-7? Wie arbeitest du? 9 to 5 wäre utopisch. Es gibt gewisse Flexibilitäten und aber auch auf der anderen Seite Bedarfe. Die Wochenenden vor den Abgaben, da muss man sich frei halten. Beschlussvorlage schreiben. Aber das kannst du doch nicht reinmachen. Doch! Drei Tipps an Menschen, die mit dem Gedanken spielen, Investor oder Investorin zu werden. Zunächst sich von der Illusion zu lösen, dass im Startup-Bereich alles hype und fancy ist. Dann sich dessen bewusst sein, dass wir mit sehr vielen Stakeholdern parallel und gleichzeitig arbeiten. Also ich Dutzende von Themen täglich auf dem Tisch habe und irgendwie versuche da, mich auch freizuschwimmen, zu wissen, wo die Prioritäten liegen und Kontrolle abzugeben. Wir begleiten Startups. Wir können die Arbeit nicht für die entsprechenden Teams machen. Dein Gesicht bei einem tollen Deal.